Ja, natürlich, natürlich, ja. Bei mir diese Woche, bei mir diese Woche, der Hinfall habe, ist leider nicht mehr dabei. Chris Roberts mit seinem neuen Single, bleib bei mir, wenn ich komme. Schade, Chris. Nicht mehr dabei diese Woche, diese Woche auf Platz 3, ein Tickler ist sein Robert. Dabei, was sage ich, sein Robert, sein Jahre, echte Uli, ich sage nur Jürgen Dreebs! Ja, gestern Abend, war schon spät, da ging ich in eine Diskothek und da stand sie an der Bar, schön wie sie war, zwei Zentner schwer, nur dass einer das Anfang sah, denn es war, gerade damit war, und dann kam sie auf mich zu, und packte mich mit ihrem Klacken. Und dann mein Tast, und Arte, die ich schieb, und mein Kopf ging ihr fast bis zum Flieb, und ich hatte dabei immer nur einen Gedanken. Wenn die nach vorn will, ja, dann bist du hin, wenn die nach vorn will, dann ist nichts mehr drin, wenn die nach vorn will, dann war auch immer wieder was zum Essen. Wenn die nach vorn will, ja, dann bist du weg, dann bleibt vor, noch ein ganz kleiner Blick, wenn die nach vorn will, ja, dann kannst du den Abend vergessen. amit, wenn die nach vorn will, dann soll ich ihn rie And Принzburg ich kann sowas nicht rieb, wenn mir die nach vorn will, sowas nicht gefließt, aber ich weiß auch mal wie es Innovate, wenn die nach vorn are,